Einen guten Morgen von Michael. Michael, dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Guten Morgen. Ja, in der Zeit kann ich mir auch locker einen drehen. Das ist das Ding volles. Hopi! Was? Kein Wasser Marsch. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mir keine drehe. Hopi, bäh! Stampelsimulator. Danke für die Stampelpunkte. Guh, 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 Guh Guh, Guh. heute stehe ich nur an klamotten um die tierisch lange dauern pellets aufladen tankwagen aufhüllen komisch dass ich das alles machen muss ist doch aufgesprungen ja ja hätte schon längst passiert sein können schon vor fünf wochen war doch was drinne opi du fährst du schon wieder lang die hauptstraße gefällt mir nicht ja 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 immer natürlich weiß doch ich habe einen anderen weg gefunden der ist genauso gut höre ich mimimi ja selbstverständlich heute ist mimimi freitag ohne mimimi geht nicht ohne mimimi geht nicht und ohne mit dem chat rummaulen geht auch nicht jetzt gibt es ein paar dinge die sind also stream relevant geht sonst gar nicht ich mag dieses kleine tuk tuk der sieht wenigstens richtig nach trecker aus aber schade dass er nicht so schnell fährt war das macht nichts guck dir diese hightech boliden an die es heutzutage gibt fahren wir noch mal dahin füllen den tank da hinten noch mal eben nach damit er voll ist das geht ja ruck zuck einmal drauf drücken kipps fertig hatte jetzt wohlgemacht oder rausgeholt und bringen wieder weg ja unser torsten ist der peltwegsjäger kommen wir trotzdem rein ja ist ja vollkommen in ordnung ist ja schön dass er endlich funktioniert hat du vernünftig umfahren kannst maulen tue ich trotzdem doch das dachte ich mir die 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 ja meine hände nehmen wieder eine normale eine normale farbe an da schockt er mich früher morgen nicht die mama du hast oder ich nicht alle ach ja ich habe gewöhnt ich habe ich habe damit absolut nicht gerechnet bei dir weil sich da passiert die du hast gesagt nee ist ich nicht diesen monat nicht mehr und dann habe ich damit absolut nicht gerechnet hier und da so liebliche kleinlichkeiten reinkommen bin ich ja ganz in ordnung und schön und dann kommt dann klatsch bumm keule die auch ein schönen guten morgen wünscht ist doch obi wieder angekommen wäre auch komisch wenn ich guten morgen so davon machst du auch gar nichts macht die auch in wunderschönen guten morgen wünscht ja dann verkehrt jetzt aber ja ich bin auch da ruby ja warum warum auch nicht max ja was voll ich hab der profi stellt ihr nehmt es nicht an gar nichts die dj fed millionen dann gucke ich mal wo hier noch ein platz irgendwo steht nöden lasst die alle hier stehen die die holte sich die früste sich rein okay und beim nächsten mal wenn wir irgendeinem trecker hier sind oder sonst mit dem lkw schieben die einfach durch auf den trigger schieben und gutes ok war am telefon ja willkommen zurück hallo ich hatte nur gerade gesagt hat du ein bisschen mittelschwer wahnsinnig heute morgen bist und ich deswegen warten musste bis meine hände über eine normale farbe entwickeln 5 millionen liter was habt ihr vor das ist unsere pellet produktion da wird immer mal wieder aufgefüllt haben sie wieder eine normale farbe ja so damit wäre dieses hier erledigt dann ist ja gut ja das ist sehr gut 26 da brauchen wir nicht wo ist der fisch ich habe nicht gesagt also du brauchst nicht habe ich mich nicht die mama du bist so ein fürchterlicher kerl da haut der 20 abos hinterher damit in den armen ach gott danke danke für die 20 abos für die farbe ja für die farbe ja für die man kreis doch ganz in der butter blume dingsbums weg wo du hase doch nicht alle kotelett danke für die 20 gifte zaps danke 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 mein gott jetzt weiß ich schon nicht warum ich hier machen wollte warum lädt er mir nicht weiter brot auf ab weil kann weil kein brot mehr drin ist dann ist auch gut der kann stehen bleiben da ist fisch hier wollte ich hin mann 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 die schnapp atmung da draußen steht da rum was am marsch ich hab schon abgeschneppt atmung dankeschön nicht die mama brust den kann ich gebrauchen brust nicht immer mal vielleicht so viel kaffee getrunken das glaube ich nicht kaffee hinterher ja lobst selber torsten ich trinke nur als sie aus frankreich bitteschön ja dabei schreiben aus frankreich exakt richtig nobel geht die welt zugrunde so wo haben wir den fisch ließ röcher fisch ließ lachs für spiel auch damit in zwei fischen teiler röcherlachs wo haben wir denn der beste 4454 4000 5000 5000 güterbahnhof das gibt geld das gibt geld natürlich weiß ich weiß gar nicht wo ich bin autoload abschneid ich muss erst mal den ich krieg nichts für geregelt nicht die mama und er lacht sich kaputt aber du bist bei feld 87 da bin ich ja da wäre er richtung hoch und dann geradezu und dann kommst du landstraße hinten oben bei feld ihren 70 lang und dann kannst du geradeaus hinfangen glaub mir ich finde den weg weißt du warum ich den weg finde weil ich nicht torsten heiße ich finde schon den weg ja ja und vor allen dingen jetzt schneller mit einer neuen internet leitung ja ja die 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 gibt richtig cool und ein bremsweg halt ich glaube dem pferd dem fehlten gewicht vorne ich glaube die räder bewegen sich ohne zu lenken hatten fertiger morgen heute morgen auch ihr musst ein gewicht kaufen bin ich hier der gewichtskolper oder was wofür habe ich eigentlich mitarbeiter ist gerade nicht da ist gerade nicht da gut anja ist für die finanzen verantwortlich du bist ein linker vogel